Christi Himmelfahrt In diesem Video erkläre ich Dir ganz schnell und ganz kurz, was es mit diesem Feiertag auf sich hat und wer ihn feiert. Wann wird Christi Himmelfahrt gefeiert? Vielleicht ist Dir schon aufgefallen, dass das Fest immer an einem Donnerstag ist und dass Du schulfrei hast. Zehn Tage vor Pfingsten, beziehungsweise am 40. Tag nach Ostern, immer an einem Donnerstag, wird das christliche Fest Christi Himmelfahrt gefeiert, und zwar von den gläubigen Christen. Und worum geht es dabei? Naja, das sagt ja schon der Name Christi Himmelfahrt. Was glaubst Du? In der Bibel wird berichtet, dass Jesus Christus am 40. Tag nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgestiegen sei. Besonders im katholischen Glauben ist dieser Tag sehr wichtig und wird gefeiert. Und vielleicht fragst Du Dich, wo ist denn Jesus jetzt? Er ist in den Himmel aufgestiegen und zwar zu seinem Vater und sein Vater ist Gott. Das sagt die Bibel dazu. Jesus wurde vor den Augen seiner Jünger emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf. Seine menschliche Natur trat damit endgültig in die göttliche Herrlichkeit ein. Christi Himmelfahrt feiert, 40 Tage nach Ostern, den Abschied von seinen Jüngern und sein Ankommen im Reich Gottes. Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn es Dir gefallen hat, gib uns ein Like und wenn Du Fragen zu Christi Himmelfahrt oder anderen Themen hast, dann schreib sie in die Kommentare. Viel Spaß beim Lernen! ich ' '